Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Wird mal wieder Zeit für ein Marktvideo. Wir sind heute in Sakunakorn, Bokosan Markt. Also der neue, große Busbahnhof. Und da ist der so ein großer Markt immer. Den werden wir heute mal abklappern. Da waren wir noch gar nie, muss ich sagen. Das ist also hier Premiere jetzt, dass wir auch diesen Markt nochmal machen. Auf geht's. Zugemacht wegen Covid. Ist aber jetzt weg. Jetzt kann man laufen. Aber schön, aber schön, aber schön. Keine Kontrolle. Markt. Gemüse, alles frisch hier. Savadikab. Was natürlich nicht fehlen darf, Lotterie. Lotterie. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Also, interessant immer, hier kostet hier offiziell 80 Watt. Aber natürlich werden sie verkauft für 100 Watt. Ist ja klar, ne? So, man will ja auch eine Watt verdienen. Ist aber normalerweise, normalerweise 80 Watt. Aber die verkaufen halt so dann da, ne? Aber es ist halt so und... Wir haben letztes Mal nichts gewonnen. Gar nichts gewonnen. Int emergency. Ah! Der link. So. Okay, mag mal. Tilak. brauchst du noch was für kochstudio nix mehr alles schon chilis haben wir jetzt genug da die geruche hier die hatten wir jetzt erst gehabt hier die hat mir meine frau jetzt erst gemacht hier flügel ins lolle flügel ins lolle aber sind schlangen gurken und es sind tomaten richtig und und zucchini oder was ist das da ist ja aha ok naja ich bin ja lebe merkel schnitzel eier vom spiegel sohn die hat man auch schon mal gehabt eier vom spiegel so hat hier wieder eier vom schwiegersohn gottes will ja aber ist wirklich so die dinge heißen sonne ja gut wir haben ja ich hab letztens habe ich gesagt und was haben wir eigentlich jetzt bekommt für die große staude mit banane sonne h7 250 in dem in der short start war die drin hier verkaufen das geht also immer das jetzt nach regen geht es dann da immer nach nach ding dann ist so 250 euro war ja auch meine ziemlich große die warten dann hier kohl ja ganz frisch kohl also kohle in thailand ist auch gar kein thema ne gibt es alles hier kohl kartoffel mango konnte jetzt schon man wusste soll ich gab jetzt schon man muss aber noch ganz junge du das sind aber keine tomaten oder direkt an der straße und da kann ich alle da ne das haben wir jetzt das ist ein abendmarkt 16 uhr das ist ein abendmarkt schlangenbohnen noch mehr essen essen immer wichtig hier auch hier so verkraften hier noch ein paar kraften hier doch guck mal doch nicht aber lecker dort sieht aber gut hier schön mit zucker drauf oder freut sich der ganzen schlangenbohnen und das ist ein bisschen wieder 50 watt 50 watt das ist ein bisschen was zum naschen hier das ist schön hier sind die blüten von der banane blüten von der banane kann man auch gesund hier schlangenbohnen alles frisch kinder hier alles frisch hier gleich neben den donuts hier ja eine hähnchen teile hier 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 ei 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 weise ab da alles hier beide noch fisch noch mehr hähnchen 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 Eier. Eier in Tüten. Hier, hier, nein. Ah. Oh ja, mitnehmen, mitnehmen. Thomas, jetzt nehmen wir mal welche mit hier. Weil wir... Er ist nicht da. Er ist nicht da, ach so. Wir wollen uns hier auch natürlich anpassen. Wir werden uns auch jetzt umsteigen auf Insekten. Wir werden in Zukunft dann nur noch Insekten essen. Ha, ha, ha. Nein, das ist für die Vögel. Wir nehmen die mit, und zwar für die Beos. Da seien die ganz scharf drauf. Äh, Lebenfutter dann, ne? Oh, die riechen aber stark. Oh, die riechen aber stark. Oh, da kannst du so mitnehmen hier. Riecht aber stark. Wir kommen zurück. Oh, das riecht aber stark. Das riecht aber echt streng. Boah. Wassermelone auch noch mitnehmen? Geht's für Hund? Nein. Später. Wenn wir zurückkommen. Genau. So, ein bisschen Gung oder was mitnehmen. Ein bisschen Gung. Seafood. Seafood. Ich habe speziell wie der Ishan hier. Richtig. Das ist Kuhhaut. Das geht aber auf keine Kuhhaut, sowas. Normalerweise sind Leute, ähm, vom... Und, 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 da z falarst du schon lange. Hund essen hundert, je nicht mehr. Und darf man hier nicht essen? Nein. Ist das da jetzt geräuchert oder wie ist das jetzt? Ja? Ist das jetzt geräuchert oder luftgetrocknet? Trocken. Trocken in Sonne. Sonne. Luftgetrocknet. Ein bisschen auch noch jetzt Gewürz dran? Ja. Ja, das ist aber hart wie Schuhsohle, oder? Da muss ich noch warten, bis meine Zähne wieder gut sind. Ja, das ist schon wieder besser hier. Das hatten wir schon im Kochstudio. Hatten wir schon gehabt hier, schmeckt wirklich gut, würde ich sagen, wirklich lecker. Das sind auch mal schöne, reifere Mango. Wo kommen die schon wieder her? 30 Grad geht doch. 30 Grad geht doch, ja. Ist mit Kokosmilchreis, hatte ich noch in dem Kopfstand da, ziemlich süß alles, ne? Mit Kokosmilch drauf und ziemlich süß das Ganze, aber sehr lecker, muss ich sagen. Sehr, sehr, sehr lecker. Hähnchenteile. Ja, Jungs, Essen ist hier wirklich immer angesagt auf dem Markt. Egal was hier. Fisch. 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 Das esse ich nicht. Ich esse sehr gerne Fisch, aber er muss heiß sein. Und dann ist es noch auf der Pfanne. Oder vom Grill. Oh, ho, ho, ho. Sehr lecker. Sehr lecker. Fisch. Das sind also Hähnchenknochen. Ja, Hähnchen. Hähnchenknochen, klein jetzt gemacht. Sind die schon jetzt frittiert, ne? Ja. Also praktisch die Reste. Ah, okay. Für neue Tausend für ihn oder für Essen. Ja, für Essen. Kenn ich auch nicht. Aber warum? Ja. Ja. So. Noch was. Fressmarkt hier. Du, Essen, Essen, Essen. Nein, nein, nein. Wir gehen ja weit rum, weit rum. Ach, hier, hier. Achtung. Achtung, Stufe. Achtung, Stufe. Noch mehr Gemüse. Dill. Ah, Dill. Guck, guck. Ich guck ja. Kebab? Nein, Kebab nicht mehr. Nein, Kebab nicht mehr, nein, nein, nein. 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 Nein, nein. Nein. Ach, die hatten wir doch gemacht hier im Kochstudio, da hat mich doch der Punktzahl enthalten. Hier sind es ja wieder, das sind diese Krabbensticks. Das sind die Krabbensticks hier, weiß ich noch da. Dann hat sie da die hier da und ich habe mich das erste Mal im Kochstudio der Punktzahl enthalten. Das ist mir alles zu gesund. Fleisch ohne Kühlung, normal. Ein bisschen Krimskrams. Ganz groß. Noch mehr Sushi. Und ein Krimskrams. Was möchtest du haben? Reis mit Gai. Aber für Hunger tust du nicht, ne? Immer, immer essen hier. Nochmal Mango. Ja, und da fragen die Leute, warum ist der Uwe so gut genährt, ne? Ist er nicht dick, der Uwe hier. Der Uwe ist nicht dick. Hier, Erdbeeren. Und gar nicht rot hier. Feuer, ne? Erdbeeren hier sind Feuer, ne? Die haben wir. Makam. Und da hieß es hier, dass der Graupapagei gerne jetzt Makam isst, ne? Stimmt gar nicht, oder? Da geht er gar nicht ran. Die will er gar nicht haben. Er macht nur Mais. Kokos. Das mag der. Makam will er gar nicht essen, du. Tamarinden. Obwohl, überall steht hier, der ist ganz scharf auf Witz Makam, aber nein, will er nicht. Noch mehr wieder Fleisch. Was ist jetzt? Was? Was? Oh, oh, Tilak. Oh, oh, was ist das? Was ist das? Nein. Kein Kebab. Kein Kebab. Kein Kebab. Das ist alles kalt, ne? Das ist schon alles kalt. Kein Kebab, Jungs, nein. Salat, alle Sorten, Kohl, Eisbein, Eisbein hier. Egal, egal. Egal, egal. Hier, hier lecker Schweinekopf hier, du. Lecker, lecker Schweinekopf hier, du. Auch dabei hier Schweineohren für für Hund mitnehmen. Das habe ich gehabt. Waffeln, 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 mit Rosinen oder Mais. Was hast du noch hier da? Mit Erdbeeren, ey, mit Erdbeeren, Erdbeeren, Marmelade oder waschen. Ja, 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 so ein bisschen Erdbeeren. Egal, ja, ja. Aloe, natürlich, Aloe, natürlich. Was denkst du, alles Aloe hier. Oh, fernohu, moi. Weiter, 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 mein Schatz, weiter, weiter. Mir spannt der Ranzen. Macharm, Chilis, haben wir auch genug. Nur Essen hier, Porn, nur Essen hier. Auch die sauer lecker hier. Bananen frittiert, sehr lecker. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen, wenn ihr die mal habt, irgendwo unbedingt essen. Sehr lecker. Bananen, man, geh, 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 man. Süßkartoffeln. Ja, süßkartoffeln. Ja, genau, süßkartoffeln. Kürbis und, ähm, und, äh, Kokonat. Ja, am besten getierte Bananen. Unbedingt probieren. Hör auf, Mensch, ey, Porn, entspannte Ranzen, ehrlich du, Mann, ey. Komm her. Ja, Kinder, hier hast du wirklich Popcorn. Ach Gott, das ist wie ein Popcorn, ey. Was für ein Markt. Ich bin begeistert. Ach, hier nochmal Holzbretter. Ach, da ist sie ja wieder, ist ja. Das ist ja immer unsere, die ist ja immer da. Ja, da ist sie ja wieder da. Sie hatten letztes Mal ein Ding, Ding getraut. Nee. Sie muss auch leben. Aber war wirklich gut und, und, ey, das ist schwer. Ja, das ist wirklich, das ist schwer, ehrlich du, ne? Gute, gute Qualität, ne? Letzte auf dem Markt, wo waren wir? Der große Markt, wo wir das Fahrrad da jetzt gewonnen haben. Und da war sie auch da, ganz, ganz genau. Weiter geht's, Früchte, Sushi, nochmal Sushi. Sushi, du hast so viel hier. Orange, 30 baht. Orange, 30 baht, 25 baht, 20 baht. Die glänzt aber wie ich schmecke, warte, du, ne? Ist da so viel Gewachs drauf, du? So, Essen, Kinder, Kinder. Pizza. Das ist Pizza, ist das, ah Gott. So, Sonnenkamm? Ach, Sonnenkamm. Dann haben wir hier nochmal wieder Fisch. Fisch. Pär noch einmal. Eis, oder was? Eis, ja. Machen die Eis, ne? Mhm. Äpfel. Äpfel. Dann die noch essen mit. Oh, ja, die essen wir gerne. Ja. Holen. Nehmen wir mit für die Vögel. Da sind die ganz scharf drauf. Das mögen die gern. Auch Julia und Anna, wenn sie dann nochmal kommt, aber sie kommt dann auch nicht mehr, ne? Ach, ist schon wieder Schampo-Zeit. Unsere, ja, die fangen auch gerade an, ne? Schampo. Ähm, großen Äpfel, sagt man, ne? Großen Äpfel. Auch lecker, ne? Auch lecker. Von, immer am Essen, immer am Essen. Immer am Essen. Von, man sagt es schon viele Male, hol dir mal einen Rucksack. Ja, du weißt ja ganz noch, dass das nie ist, wenn wir auf den Markt gehen. Glauben, ein bisschen kaufen. Ja, klar. So, mal Kokosnuss. Oh, das ist aber was Feines hier, da war was Feines hier, da war was Feines hier, da war Feines hier. Ah, ja, das essen Thais auch, ne? Wir mögen das auch gern essen. Alles Geschmackssache, sag ich, ne? Der eine mag, siehst du, der eine mag, siehst du? Soll alles, wird es gesund sein, ne? Was ist das? Was ist das? Was macht die denn da? Ein... Ach so, mit alles jetzt Gemüse dann da, ne? Ja, ja. Mit Mais und... Mais, was ist denn noch drin hier? Alles so was. Alles gesund. Hallo! Hallo mein Freund, wie geht's dir? Sehr gut. Okay. Wie ist das? Du brauchst das hier gar nicht, verpixeln dann da, weißt du, die freuen sich alle hier, wenn du da kommst mit der Kamera. Alle glücklich, alle glücklich. Alle glücklich. Wie sehr? Wie sehr? Wie sehr? Du legst das aber nicht ab? Auch lecker Kinder. Alles, alles lecker, sag ich euch. Ja, und diese ist lecker. Wenn es nicht passiert ist, kannst du es essen, okay? Ich möchte nicht. Noch mal wieder. Deine Röllchen hier. Die Sachen hier. Die Suppe in Tüten. Das ist die Suppe zum Mitnehmen. In Tüte. Das ist Tyler. Nimmst du deine Suppe mit in die Tüte? Herrlich, herrlich. Ja, mein Schatzi. Ja, mein Schatzi. Ich weiß, es ist alles lecker hier. Korn, junge Kokosnuss. Hallo. Du mit der Wurst. Ja, mit der Wurst. Lecker. Alles lecker, Jungs. Ich sag euch das. Wenn du hier einmal rumgehst und du haust dir wirklich an jedem Stand da was rein, dann platzt dir aber der Darm durch. Hähnchenteile. Ach, das was wir gerade da jetzt gesehen haben. Ach, so machen die das. Das waren also nicht nur Knochen, das war also alles drin dann da. Ja. Das ist so richtig so. Ach, Gottes Willen. Man nimmt also hier so ein ganzes, halbes Hähnchen da und macht also hier... Vom Knochen, nicht vom Hähnchen. Uhhh. Gut. So. Siehst du, ne? Schöne Schläge. Kannst man auch mitnehmen. Noch nicht fertig. Mein Gott, was magst du hier? Was magst du? Saulecker. Kann man auch essen. Du kannst alles essen hier. Oh, 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 oh. Bisschen Seafood. Und sogar gekühlt. Was ist das? Kuhenscheibe. Kuhenscheibe. Mit Schraube. Grün. Ja, grün. Und dann hier auf der Pfanne. Was ist denn das? Kann das mit, ähm... Was ist das denn? Gemüse? Ja, Gemüse vom, ähm... Bärlauch. Kann der Taisa sein. Dann kann ich Bärlauch dann schneiden. Mit Pau oder ja. Also Fiegel, 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 Knoblauch. Ist nicht mit Bärlauch oder so, aber... Kannst du nicht bitte ruhig sein, ja. Wie, wo ist es wieder? Ach, hier wachsen, wie Oma sie gemacht hat hier. Ganz großer Markt. Geht ganz schön, der Stängert zieht ganz schön rum hier durch. Noch mal Fisch. Frittiert. Peer noch einmal. Essen, essen, essen. Das Allerwichtigste. Was macht Ihnen da für schöne Sachen? Ja, guck mal. Ach. Und das schmeckt auch. Das schmeckt auch. Ja. Und das schmeckt auch. Das schmeckt auch. Ja. Und das schmeckt auch. Das schmeckt auch. Es ist ein Teich. Ja. Es ist Teich. Das ist Teich. Das ist Teil der Bärb. Die Bärb. Die Bärb. Was ist das? Wir kennen das nicht. Das hast du noch gar nicht gemacht im Kochsstudio. Das ist der Dessert. 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 Dann fertig. Dann ist das immer noch da? Ja, ich bin da. Wie mag dieses? Es ist aber kein Mais. Es ist etwas anderes. Nicht Mais. Nein, ich sage es. Aber ich klebe das Ganze. Bohnen. Gelbe Bohnen. Ja. Essen mit Sugar. Das kenne ich auch nicht. Bei Leuten. Deswegen sagen sie, bitte komm mit Rucksack. Mit Rucksack. 10 Kilogramm. Schade. Schade. Falschi Schild. 10 Kilogramm. 1 Kilogramm. 1 Kilogramm. 1 Kilogramm. 1 Kilogramm. 1 Kilogramm. 3 Euro Kilogramm. Das ist natürlich auch ein stolzer Preis. Mit Kerlen oder ohne? Eine. Vielleicht wird mal eine. Eine probieren hier. Eine probieren hier. Ohne Kerne. Ohne Kerne. Wir wollen das? Das war ein schönes Stück, ja. 144. Etwas mehr als ein Kilo. Granatabschiff. Rucksack bitte. Schubkarre bitte. Donuts. Oh, schon der Donuts hier. Mal essen hier, essen hier. Sieht aber lecker aus, der Salat. Ehrlich, du, war? Sieht aber lecker aus, der hier. Sehr schön. Ja, Jungs. Boah, weiter, 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 weiter. Mir spannt der Ranzen schon. Pum, pui. Ich werde da alles dick von hier, ehrlich, du. Was passiert denn noch? Okay, aber das ist ja ein Fressmarkt hier, du. Korn-Dok Cheese. Korn-Dok Cheese. Also Maiskolben mit Käse. Das ist alles gibt's hier. Ja, Jack Frucht, Jack Frucht, Jack Frucht. Ja, den hast du doch jetzt gekauft, gut auf dem Markt ist den hier. Joklad? Ich kaufe 30 Baht. 30 Baht, ja, ne, geht, ne, geht sich. Schau dich ab! Das sind kleine Mäuse. Ein paar Klamotten, ein bisschen T-Shirts, ein bisschen bunte T-Shirts. Hier riecht es aber lecker, du. Hier riecht es aber lecker, du. Brauchst du nicht noch einen Teller hier für die Vögel, habe ich gehört? Ich habe schon. Futter? Ah, schon, okay. Oh, noch nicht. Oh, ja, oh, ja. Bisschen Geschlunze. Klamotten. Mein Zahnarzt, kann ich gleich hingehen, ja, ganz genau. Hier ist mein Zahnarzt, ist gleich hier. Gila, wie wäre es denn bei Gummistiefel? Ein paar neue? Nee, passt ja auch nicht. Nee. Hier, Sparschwein hier. Ach, und hier ist jetzt Klamottenabteilung hier. Oh, bis dahinten hin. Horn, machen wir das auch noch mit hier? Klamottenabteilung? Essen. Schuhe. Klamottenabteilung. Oder? Teil 2. Teil 2 ist der guten Akkord. Der aufregende Lauf durch den Klamottenmarkt. Ja, ich bräuchte vielleicht noch mal ein, zwei Hemden neu. Wie sehen die denn aus hier? Rote. Rote, haben wir auch. Horn, ich brauche vielleicht noch mal ein neues Hemd oder zwei. Nein, 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 mir spannt der Ranzen schon wieder. Das verstehe ich gar nicht. Ich kann das gar nicht verstehen, dass ich hier zunehme. In Thailand. Ach du Scheiße. Was machen wir heute nicht mehr, ne? Ich kann nicht. Kannst nicht mehr laufen, ne? Nein, ich kann nicht mehr fahren. Nein, ich kann nicht mehr. Ah, Tja. Tja, viel luck. Das brauchst du nicht. Aus dem Alter bist du raus. Oho. Künstler, Künstler, auch spenden. Hier. Helmut, da sind sie wieder, deine Meerschweinchen. Meerschweinchen. Was möchtest du denn? Du, dick und lang. Ja, ja. Sag, hohohoho. Dicke, lange Wurst hier. Metawurst, ne? Guck mal, da lacht sich hier. Fisch. Fischwurst ist das? Ja, Passent. Mit Fischwurst. fischwurst fischwurst das ist das wichtigste so war ja so war ja also noch die grillen ab hier hast du noch mal noch mal lecker lecker wie so kleine natürlich jetzt der knaller also das kann man essen wer ist das das ist du heute gibt es aber kein sex das sage ich dir also ehrlich das sind also gerade geschlüpfte gerade geschlüpfte tüten mit 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 schale noch gibt es das du im isan nee also tut mir leid die lag also musste ich entscheiden entweder das ei oder ich irgendwie habe ich jetzt gar kein hunger mehr irgendwie irgendwie weiß ich jetzt gar nicht mehr da ist aber extrem also ganz extrem so mein gott und hat die vögel so gerne und magst du gerne vögel aber es tut es auch so nicht vögel das sind hühner genau das sind hühner ja 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 alle wollen sie hier die leckeren grillen haben jetzt pass auf hier immer wieder hier was die vögel jetzt gerne essen ich glaube die vögel ist doch scheißegal oder da war war man bunten einen bunten mix hier die wollen ja da nicht sterben ich will die an einem leben trafen die müssen die leben noch nicht Ich musste meine Frau bestragen helfen. Ich bin der Gentleman. Das hier für die Vögel zum bisschen verzehren. Dessert. Das kommt dann am Dienstag in den Foliere-Video. Machen wir das dann rein? Heute habe ich mich wirklich geschockt mit diesen halben Küken-Eiern. Mein lieber Scholli und Porn isst das gerne, sagt sie. Das ist schon extrem, muss ich echt sagen. Jungs, kleiner Schocker zum Feierabend. Jetzt war es für heute. Nehmen wir an Denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn live aus dem Issan auf dem tiefsten Markt, wo man Sachen kaufen kann, die man gar nicht kaufen darf. Ich glaube schon. Viele Grüße und Grüße. Ciao. Gut. Gut, wir sind es für unsere Buchstab. Gut. Tschüss. Tschüss Legis. Tschüss Legis. Tschüss Legis. Tschüss. 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 Vielen Dank.